hallo liebe kinder da sind wir wieder zum basteln ich möchte mit euch einen würfel falten das ist aber eine sehr schwierige sache also gerade die großen könnten das ganz gut schaffen bei den kleinen wird schon ein bisschen schwieriger aber ihr könnt euch trotzdem probieren ich fange mal an als erstes nehmen wir uns ein blatt papier und wir brauchen ein quadrat sprich es müssen alle seiten gleich lang sein und dadurch dass das ein rechteck ist und die seiten nicht gleich lang sind müssen wir uns erstmal ein quadrat bauen das geht so wir nehmen eine ecke und falten die so weit hier rüber dass diese ecke quasi ein dreieck ergibt da muss man das schön festziehen so dann sieht das so aus bisschen wie ein hut und dieses was hier unten dran ist das müssen wir jetzt abschneiden dann nehmen wir uns eine schere und schneiden an dem dreieck entlang so dann haben wir ein quadrat und auch gleich die erste falte die ist ganz wichtig die brauchen wir noch später so dann legen wir uns das wieder vor uns hin dann falten wir einmal von unten nach oben wieder ganz wichtig schön festziehen dann sieht das schon mal so aus wir brauchen jetzt aber auch noch eine falte die so lang ist also nehmen wir uns diese ecke und falten die in diese ecke so dass wir wieder ein dreieck haben und dann sieht es am ende wenn man das erkennen kann so aus dann greifen wir uns das papier drehen es um so dass es wie eine kleine pyramide nach oben zeigt dann schiebt man von den äußeren mittelpunkten das papier zusammen und es schiebt sich also ein bisschen das papier dann wird es nämlich ein dreieck wichtig ist wieder schön festziehen immer bei falten ist es ganz ganz wichtig immer die linie immer ganz toll mit dem finger nachdrücken so dann fangen wir an wir nehmen uns als erstes legen uns das dreieck so vor uns hin nehmen uns eine ecke und falten die ecke nach oben an die spitze dann sieht das so aus das gleiche machen wir jetzt mit der anderen ecke wieder ganz doll festziehen so dann nehmen wir uns die äußere ecke diese hier und falten sie zur mitte schön festziehen immer wieder das gleiche machen wir mit der anderen ecke so wieder festziehen ich glaube das wird in diesem video noch ganz oft kommen so dann haben wir oben zwei ecken übrig diese ecken müssen wir erst einmal verkleinern sprich bis zu dieser spitze falten dann sieht das erstmal so aus jetzt kommt das ganz schwierige diese ecke muss in dieses loch hier rein das ist nämlich der schwierige part bei dieser bastelei ich versuche mal das hier so rein zu stecken muss das so ein bisschen nachschieben so und dann sieht das in etwa so aus wenn ihr das nicht schafft könnt ihr gerne mal eure mama und papa fragen ob die euch helfen und dann muss das in etwa so aussehen und das gleiche spiel machen wir mit der anderen seite erst wieder zur mitte sodass die ecke wieder kleiner wird und dann diese spitze wieder in dieses loch dann sieht das so aus und jetzt drehen wir das blatt um und machen den gleichen spaß noch mal erst wieder die spitze nach unten zeigen dann wieder die äußere ecke zu dieser ecke die zu euch zeigt dann die andere seite dann die äußeren ecken wieder zur mitte dann die andere ecke dann sieht es wieder so aus und jetzt kommen wieder diese wunderbaren ecke die wir erst kleiner machen müssen und dann wieder in dieses loch was sich hier ergibt mal die ecke und schieben die da so rein und schieben und schieben und schieben bis quasi das papier nicht mehr weiter geht und dann festziehen wie lange fingernägel hat ist sehr und dann machen wir das mit der nächsten ecke wieder erst kleiner falten und dann schieben wir das in diese fläche so und jetzt zum schluss nehmen wir uns noch mal irgendwas hartes entweder schere oder lineal und fahren nochmal über diese ecken rüber die sind nämlich ganz wichtig und die müssen nämlich richtig fest sitzen so dann nehmen wir die andere seite nochmal und machen das da nochmal so tada jetzt sieht es so aus und jetzt zeige ich euch den trick wir wollen ja das rausbekommen es gibt nämlich dann auf einer seite ein ganz kleines loch seht ihr das und da kommt jetzt luft rein dann könnt ihr es vorsichtig in den mund nehmen oder an den mund nehmen und pustet vorsichtig rein und schon wird es ein würfel dann könnt ihr noch ein bisschen nachdrücken dass es sich in form begibt und fertig ist der würfel und jetzt kann man den würfel noch wie man möchte gestalten es könnte wie hier ein geschenk werden ihr könnt noch das restliche papier benutzen und könnt hier noch papier drauf kleben und könnt da die punkte drauf machen dann könnte es ein würfel sein zum spielen und das eure kreativität ihr fragt kinder ihr könnt alles benutzen was wir haben ich habe jetzt hier noch wachsmaler und kreisestifte normale und ihr könnt alles ausprobieren was ihr möchtet mit diesem würfel ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten video tschüss kinder tschüss ja tschüss tschüss